Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag und wir machen heute weiter. Wir sollen die guten Wellen finden. Was mir gerade so ein bisschen aufgefallen ist, der kleine Asi hat uns nackig gemacht. Wir haben kein Zeugs mehr. Wir haben kein Dings mehr. Wir haben keine Schwerter, keine Rauchbomben, gar nichts mehr. Happy Birthday. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo wir lang müssen. Super. Bis auf die versteckten Klingen haben wir gar nichts. So, dann wissen wir zumindest, dass wir hier lang. Wir haben gleich wieder irgendwelche Gegner, die ich mich anpirschen muss, weil wir aber nichts mehr haben. Alter, komm her, da will ich dich halten. Da freut uns irgendwas noch. Boah, Alter. Geh weg von mir. So. Ja, unser Spitz ist da vorne wahrscheinlich irgendwo. Das hört sich doch sehr laut an. Geh und tanz mit den Fischern und Ihren Booten, Cadbury. Diese Insel gehört mir. Komm nur her und ich töpp dich, Basta. Da komm nur noch her. Es war eine gute Fantasie, die uns hierher brachte, Kenway. Verflucht soll ich sein, wenn ich auch nur noch ein einziges Mal auf dich höre. Wirst du nun mit mir reden, Wein? Oder bist du des Wahnsinns? Wahnsinn? Ja. Es ist kein Wahnsinn, wenn ein Mann ums Überleben kämpft, oder? Ich will dir nichts tun, du Kasper. Nun lass uns das klären wie Gentleman. Ja. Ich bekomme Kopfschmerzen von deinem ganzen Geschwafel. Bleib zurück und lass mich in Frieden leben. Gerne, wenn du aufhörst, mein Essen zu stehlen und das Wasser, das ich fände. Ich höre nicht auf, bis du deine Schuld mit Blut begleicht. Wegen hier haben wir nach Stravenschiffen gesucht. Von wegen hier hat mir Jack Brackham meine Crew gestohlen. Wir müssen da, glaube ich, hoch, oder? Mal kurz. Mal kurz. Da sind wir schon. Du Arsch, bist du? So, bist du schon wieder runter? Oh, ist das schon? Warte mal. Warte mal kurz. Möchte kurz das Ding hier synchronisieren. Mit dem möchte ich kurz mal synchronisieren. Wo ist der Kollege jetzt hier? Ich habe ein Stellreiseziel freigestellt. Erstmal, das ist erstmal wichtig. Und wir müssen jetzt den guten Wayne immer noch finden hier. Der möchte mal so ein, zwei, drei auf den Socken haben. Das ist ja jubeln. Wir müssen jetzt hier oder've die Hör mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Was ist hierlegen? Warte mal kurz. Hört mal kurz. Hört mal kurz. Warte mal kurz. da oben hängt er schon ich sagte komm mir nicht nach doch du hast den verstand verloren ist ein fairer tausch dafür habe ich diese flippen und granaten dazu sein damit könnten wir jagen gehen das werde ich auch das machen aber uns oder was so wem fang wow Ja, du wirst natürlich jetzt, ich wirst schon gerade mal ganz kurz ein bisschen regenerieren. Ja, die sollten, ah, geh doch hoch da. Da unten steht ein scheiß Dings, oder was? Was ist denn, der Wayne? Ich muss gleich mal so jetzt gucken, da! Ich rate nicht, ob ich sie durchhört. Ist das das hier? Ich seh dich kommen, Hund! Ich seh dich klar und deutlich! Ja, super. Fuck you! Da bist du, mein Freund! Nur einer von uns zwei wird die Insel leben verlassen, Waliser! Denn ich segle nicht in einer Welt, die mit deiner Visage gestraft ist! Was hat denn der da? Hat der ohne... Alter, wie viel Munition hat der Kollege? Die Luft hat einen Tartofen verfügbar, ha? Du kannst dich nicht verstecken! Ja, du wirst mich aber... Gehst du mir ein bisschen? Ja, du wirst mich aber... Ich schieße dir was weg! Ich schieße dich raus! Ich schieße dich raus! Noch nicht tot? Hier! Spätzen sind alles, was von dir bleibt! Gottverdammter dreckiger Hund, Wayne! Hab dich! Ja, du wasch! Du hast dich mal zu Ende gebracht! Verflucht noch eins! Ist das mein Lohn dafür, dass ich an die Menschen glaube? Dass ich selbst einer dreckigen Ratte wie dir ein Mindestmaß an Verstand zutraue ab und zu? Vielleicht hat der Hornigold recht. Vielleicht braucht die Welt wirklich Männer mit Ehrgeiz, damit Kerle wie du nicht immer alles vermasseln! Oder vielleicht... Vielleicht hast du nicht die Eier ohne Reue zu leben! Hat mir keinen Platz in der Hölle frei, Scheißka! Ich komme nicht so bald! Haben wir ihn oder was? Scheinbar, ne? Scheinbar haben wir ihn! Jawoll! Mission beendet! Gestrandet! Wir haben zwar keine Tiere überhäuse, wir haben auch keine Luftabdaten verübt, aber wir haben trotzdem die Typen... So! So schwer war der jetzt nicht! Ich muss hier nur dran kommen! Dann habe ich ihn einmal kurz gehabt! Gredinagua! Mein 1719! Gredinagua! Mein 1719! Hatte gebraucht, bis er zurückgekrochen kam nach Nassau! Hat gleich das Pardon angenommen! Ich musste, Leute! Dieser Rollschuss hat es auf mich abgesehen! Halt deinen Maul, Rackham! Ach, den haben wir ja auch noch den Kollegen! Also was nun? Jagst du noch deinen flüchtigen Reichtum? Aye! Bald habe ich ihn! Der Heimathafen des Waisen ist Kingston und sein Schiff ist die Princess! Du musst deinen Ehrgeiz besser nutzen, Kenway! Such den Waisen mit uns! Ich ertrage dich und deine Mystiker nicht, Mary! Ich will das schöne Leben kosten! Das leichte Leben! Ein ehrlicher Mann hat kein leichtes Leben, Edward! Und sich danach zu sehen, das schmerzt am allermeisten! Also gut, Rackham! Zurück aufs alten Teil! So! Gut, dann haben wir das Thema auch! Ich möchte mich jetzt noch mal ganz kurz gerne ein bisschen... Haben wir mittlerweile eigentlich wieder unser Zeug zusammen? Schwerter und das... Gut, ich habe mich ganz kurz nur noch schnell mal eindecken! Was darf's denn heute sein? Zeugs! Für mich! Oder? Das ist natürlich wieder was Zeugs für die Jektor! Das wollen wir nicht! Ja! Ich möchte mich gerade bitte ein bisschen... So, warte mal! Das ist... Sind wir hier richtig? Keine Sorge! Die nächste Mission steht schon direkt wieder ans Haus! Die werden wir uns morgen drum kümmern! Werde ich mich jetzt erst mal kurz für einen kleinen Board machen! So, möchte gerne Zeugs haben! Munition! Bitte! Kugeln kaufen! Kugeln kaufen! Berserker-Pfeile! Schlaf-Pfeile! Und vor allen Dingen mal mein Lieblings-Zeugs-Rauchbomben! Moment! Warte mal mit! So! Tim! So! Ich bin wieder raus! Danke für deine kleine Auffrischung hier! So! Mal gucken, was wir hier haben! Wo ist denn schon wieder die nächste Mission? Das ist hier schon irgendwo mitten in der Wallachai, wa? Äh! Warte mal! Wo sind die? Munition? Äh, äh, Mission? Hallo? Da! Ich so! Kingston! Da können wir Gott sei Dank für Schnellreise hin! Da brauche ich mich da nicht abmühen! So! Kurz mal gucken, wo wir hin müssen! Da oben! Welch Überraschung heißt es sogar! Nee, nee, jetzt gerade nicht! So, wir sind die Kingston! Ich hab's! Ich hab's! Schentys wollte ich haben! Das Schenty wollte ich mitnehmen! Roll'n'Go ist da! Roll'n'Go ist da! Dann geht's mal gucken! führe dich auf! Dann gehen wir gleich hin! Dann gehen wir hin! Bei der Schmerzen! Die! Möge mal! Dann gehen wir gleich! Na ja! Die! hier ist nicht wo ich bin sie flachsen ich hätte auch nicht erwartet, dass du mich jetzt an dem Ding findest ich wollte scheiß Gizze haben, ne wollte ich nicht so, aber nicht schlimm so, dann so, das machen wir dann in der nächsten Folge bis dahin, auf Wiedersehen bei Let's Play das ist Squid via Blackjack bis dahin, auf Wiedersehen bei Let's Play